Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. Januar. Corona-Demo in Herborn, Motocross-Fahrer vor Gericht und keine neuen Corona-Regeln in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Erneut haben Impfgegner und Kritiker der Corona-Politik in Herborn demonstriert. Etwa 550 Menschen bildeten eine Menschenkette und zogen danach durch die Innenstadt. Die Polizei stellte 16 Verstöße gegen die Auflagen fest und nahm in diesen Fällen Personalien auf. Manche Teilnehmer hätten die Maskenpflicht in der Fußgängerzone nicht eingehalten, berichtete Markus Schmidt, Leiter der Polizeistation Herborn, am Abend. Auf diese hatte die Polizei zuvor per Lautsprecherwagen hingewiesen. Die Versammlung begann gegen 18 Uhr, als die Demonstranten sich am Marktplatz und in umliegenden Straßen aufreiten. Nachdem die Menschenkette aufgelöst war, liefen die Teilnehmer zum Schießplatz, wo sie sich zu einer Demonstration formierten. Diese zog erst über die Westerwaldstraße und bog dann in die Hainstraße ein. Dort empfingen Anwohner die Versammlung mit einem Transparent mit der Aufschrift »Sei solidarisch, lass dich impfen«, das an einem Haus hing. Die Demo war danach weiter in der Innenstadt unterwegs und wurde schließlich wieder auf dem Schießplatz beendet. Ein 21 Jahre alter Motocross-Fahrer aus Wetzlar ist am Montag verurteilt worden. Der Schüler stand gleich wegen mehrerer, gleichzeitig begangener Straftaten vor dem Wetzlarer Amtsgericht. Laut Anklageschrift hat der junge Mann am 5. April 2021 den Diebstahl seiner Motocross-Maschine vorgetäuscht. Wie der Angeklagte im Gerichtssaal zugab, wollte er damit eine Aktion vom Vortag vertuschen. Da war er zusammen mit einem Freund mit Motocross-Rädern unterwegs, beide ohne Führerschein. Zudem waren die Räder, die beide dem Angeklagten gehörten, nicht zugelassen und nicht versichert. Als eine Polizeistreife auf die zwei jungen Erwachsenen aufmerksam wurde, flüchteten sie mit ihren Motocross-Rädern laut Anklage in Richtung Steinbruch Niedergermes. Dabei soll der Angeklagte den Beamten den Mittelfinger gezeigt haben. Mit ihren Maschinen sollen sie über einen Fußweg gefahren sein, der für das Polizeiauto zu schmal war. Die Polizei fand das Fahrzeug später und stellte es sicher. Vor der Polizei seien sie vor allem geflohen, weil sie einen Joint bei sich hatten, erklärte der 21-Jährige vor Gericht. Der Wetzlarer muss nun innerhalb von sechs Monaten 100 Arbeitsstunden leisten, sechs Termine bei der Suchthilfe wahrnehmen, an Drogenscreenings teilnehmen und darf drei Monate kein Kraftfahrzeug fahren. Sommerrodelbahn und Sessellift auf der Sackpfeife stehen im Sommer 2022 erneut still. Der Stadt Biedenkopf fehlt das Geld, um den Betrieb im Freizeitzentrum Sackpfeife wieder aufzunehmen, wie der Bürgermeister von Biedenkopf Joachim Thiemich, SPD, berichtet. Ein sechsstelliger Betrag wäre dafür nötig, mindestens. Ob die alten Anlagen je wieder laufen werden, kann Thiemich nicht beantworten. Es wird das dritte Jahr in Folge ohne Sommerbetrieb auf der Sackpfeife. Nun nach Heidelberg, nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten setzen die Ermittler am Dienstag ihre Arbeit fort. Offene Fragen gibt es unter anderem zum Motiv des Täters und wieso er an die Waffen kam. Diese soll der 18-Jährige vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben, wie der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmer am Montagabend sagte. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Deutsche erst in einem Hörsaal, in dem rund 30 Studenten waren, mehrmals schoss und sich später vor dem Gebäude selbst richtete. Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt, eine 23-Jährige starb an den Folgen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann unmittelbar zuvor eine WhatsApp-Nachricht an seinen Vater geschickt. Er habe geschrieben, dass Leute jetzt bestraft werden müssen, sagte Kollmer. Details müssten noch verifiziert werden. Klar ist, der junge Mann hatte in seinem Rucksack 100 Schuss Munition dabei. In Hessen sind trotz des starken Anstiegs der Infektionszahlen keine neuen Corona-Maßnahmen geplant. Es gebe keine Verschärfungen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU am Montagabend in Wiesbaden nach Abschluss der Bund-Länder-Beratungen. Da aber noch nicht abgeschätzt werden könne, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, bleibe es bei den geltenden Maßnahmen. Es gebe zwar eine sehr hohe Infektionsrate. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser müssten aber derzeit sogar weniger Menschen behandelt werden. Noch könne nicht abgesehen werden, ob sich die Situation in den Krankenhäusern wieder verändert. Die derzeit geltende Corona-Verordnung in Hessen gilt Bouffier zufolge bis zum 12. Februar. Die Regierungschefs der Länder wollen sich am 16. Februar zur nächsten Corona-Beratung mit der Bundesregierung treffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Mittelhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mittelhessen. Hört aber auch gerne mal in unseren Wein-Podcast Wein mal eins rein. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de Ein Angebot der VRM